So, herzlich willkommen zu einem Video zu meinem ersten vollständigen Junk Journal. Das erste vollständige deswegen. Natürlich, ich habe schon viele Sachen gemacht und immer mal wieder Fotoalben, Junk, Scrapbook und so weiter und so fort. Aber das hier, dieses kleine Schätzchen hier, ist the one and only Junk Journal. Bisher auf jeden Fall. Und es soll natürlich nicht das letzte bleiben, aber das ist das, was ich mit euch teilen möchte. Ja, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der ist ja recht neu und auch meine Videotechnik und allen Kram ist ja ziemlich neu und das kann natürlich sein, dass die ein bisschen zickt und dass ich dieses Video ungefähr fünf mehr aufnehme. Vielleicht werde ich euch danach davon berichten. Ich bin gespannt, wie es läuft. So, dieses Herzchen vom Handy kommt jetzt mal zur Seite, weil ich das nur zum Höhlen gebracht habe. Das kleine, süße Junk Journal im A5-Format habe ich für eine ganz liebe Freundin gemacht, die heute Geburtstag hat und deswegen, ich habe es natürlich schon ein bisschen länger gebastelt und gemacht und geworkt. Natürlich kann ich es euch heute erst zeigen und dieses Video auch erst nach heute hochladen, weil sonst ist das ja keine Überraschung mehr. Ja, was habe ich denn hier Schönes fabriziert? Im Großen und Ganzen ist das ein Junk Journal aus einem alten Buch. Und ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, was ich hier zerlegt habe. Ich glaube, das war irgendwie ein altes Schulbuch oder sowas. Also ein ganz altes für meine Eltern, nicht von mir. Ich habe das Cover mir geschnappt und erst mal schön mit Gesso gestrichen. Nach dieser Gesso-Behandlung habe ich dünnes Seidenpapier genommen, das aus einem Schuhkarton und habe das mit Mod Podge hier drauf arrangiert und gehärtet. Und wie man sieht, mal ganz genau, mal ganz nahe gekommen, habe ich den Mod Podge Antique Coat genommen dafür. So, ihr seht jetzt natürlich hier total viele schöne Sachen, die hier drauf sind. Ja, wenn ihr meine dreckigen Finger seht, die sind natürlich von Klebstoff, Farbe und diversen anderen Sachen, also Ink und Co, etwas in Mitleidenschaft gezogen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich kriege das auch nie wieder ab. Schauen wir mal. Handmodel werde ich nicht, aber ich glaube, kein Crafter wird wirklich Handmodel. Falls ihr eine richtig geile Seife habt, was alles wieder runter bekommt, und ja, wäre cool, wenn ihr mir das mal empfehlt. Genau, also dieses Schätzchen hier, kommen wir wieder zurück zum Thema, hat mit dem Seidenpapier und Gilding Wax, das ist schönes türkises Gilding Wax, das habe ich bei Funke Kram übrigens gefunden. Auch den Kanal werde ich euch verlinken. Liebe Jutta, schönen Gruß. Das ist das Video, was ich mal angekündigt habe, was kommen wird. Die Beschläge habe ich schon dort und bin da am Stöbern gewesen und habe ganz viele tolle Sachen gefunden. Ja, was habe ich denn hier noch draufgepasst? Also hier haben wir natürlich, das darf ja nicht fehlen, die Junction. Journal Schmuck, selbst gesammelte Federn, selbst gefusselte Stoffreste und, was wir natürlich auch hier öfter mal in meinen Journal sehen werden, ist das hier Verbandmull. Geiles Zeug. Ja, und ich habe aus Mangel an anderen Farben eine ziemlich coole Sache gefunden. Und zwar ist das Verbandmull gefärbt mit Stofffarbe, die ich mal gekauft habe, um mit und für meine Tochter zum Geburtstag T-Shirts zu färben, zu bedrucken und so weiter. Davon hatte ich noch total viel über und dachte mir, mein Gott, das ist doch eine geile Idee, das hier in dieses Mull zu überführen. Eine kleine Schüssel genommen, reingesprüht, ein bisschen durchgerührt. Zack, der Schmuck, der kommt jetzt erstmal hier an den Rand. Genau, was habe ich denn hier gemacht? Die Signaturen, vier Stück, wie man hier sieht, habe ich eingebunden mit Lederband, auch gefunden in einem Funke-Kram-Shop, total cool. Ein schönes braunes Lederband, auch hier wieder etwas verspieltes, das geflochtene Lederband, der Rest. Und zwar ist das der Rest hier von dem Anbinden dieser Schnalle. Genau, diese Schnalle habe ich noch schön hier mit Eilets verarbeitet und auch hier diese kleine süße Schließe, die habe ich auch bei Funke-Kram gekauft. So, jetzt ist aber langsam genug hier mit der Werbung. Nein, das ist noch nicht, es kommt noch mehr. Aber dieser Job ist einfach total cool. Ich habe mich da doof gekauft, glaube ich. Ja, was habe ich hier gemacht? Ich habe die Eilets in eine alte Gürtel gepackt. Dieser Gürtel war um einen alten Koffer. In diesem Koffer, der ist von meiner Oma, habe ich ganz viel Spitze und Co. gefunden. Und ja, diese liebe Oma lebt leider nicht mehr, aber ich hoffe, dass ihr von oben runter schaut und guckt, was ich hier schönes mit ihrer Spitze und auch ihrem alten Koffer angestellt habe. So, dadurch, dass das Ding hier, wie man sieht, ein bisschen aufträgt, habe ich auch hier ein bisschen die Schließe erhöhen müssen. So, jetzt lege ich das Ganze mal ab und werde das hier, da komme ich hin, blättern. Genau, das ist ein Magic-Journal, klar war voll, sieht man ja. So, ich darf hier mal Dinge damit verschwinden. Genau, so wie sich das gehört, bei einem Geburtstagsgeschenk wird hier der Geburtstagsbrief noch reinkommen. Der ist geschrieben, trocknet aktuell und ja, dann werde ich dann hübsch falten und fein in dieses kleine, eigentlich CD-Cover-Umschläglein reinpacken. Ich meine, so aufhalten und hier rein und raus schieben, weil sonst wäre mir das zu sperrig geworden, wenn ich das nicht angeklebt hätte. Zack. So, was darf in meinen Journals nicht fehlen? Also einmal, damit zeige ich euch gleich, einmal einen Brief. Und zwar habe ich in diesem Brief eine kleine Erklärung. Ist mir überhaupt ein Junk-Journal? Ja, ich bin relativ neu in dem MeTea Junk-Journal, aber das hat mich einfach mega angesprochen. Ja, da habe ich mir erst die Sachen von Pam at the Paper Outpost angeguckt, natürlich auch von Jutta, auch von Louisa Heinzel. Das ist immer sehr interessant, unterhaltsam, neue Techniken und ja, einfach auch ein bisschen Unterhaltung, weil machen wir uns nichts vor. Wir gucken ja nicht YouTube-Videos, um den ganzen Tag irgendwas zu lernen, danach sklavisch nachzubasteln. Nein, überhaupt nicht. Wir wollen auch Spaß haben dabei. Und der eine oder andere Spruch, die eine oder andere Anekdote, die machen ja natürlich total viel Laune. Auch gerade bei allen Bastlern, die ganz viele Probleme einfach auch selber kennen und ja, nobody is perfect. Also, verhaut auch mal Sachen und einfach mal leichten. Ja, und das hier ist eine Anregung von einer lieben Freundin von ganz früher. Ganz früher deswegen, das war eigentlich zu Schulzeiten, habe ich mal so eine Klemme bekommen. Also, um genau zu sein, ist, Moment, hier die Original-Klemme. Die hat Katrin mir mal gebastelt und damit einen kleinen Geburtstagsbrief festgemacht. Ja, und ich habe das jetzt nachgebastelt in verschiedenen Varianten. Und ich finde einfach, dass so ein Joint Journal Brief mit einer kleinen echten Büroklammer und einer verarbeiteten Büroklammer eigentlich ziemlich gut hier dran passt. Und ja, was will ich sagen, dieses Papier solltet ihr eigentlich auch kennen. Das ist nämlich das Feen- und Elfenpapier von Funkelkram. Natürlich auch einfach mal an Magieglauben. Kleiner Hommage und schöne Grüße an der Stelle. So, mache ich meine kleine Briefleine hier wieder fest, wenn er denn möchte. Wie sie es da. So, auch die kleine Engelsflügel-Werzchen-Klemmer. Ich finde, die macht sich da so geil. Ja, wie ihr bestimmt hört und auch immer wieder hören werdet. Ich hatte riesen Spaß hier mit den Junk Journal Seiten. Hier auch Bild aus Zeitung ausgeschnitten. Wir haben Briefpapier. Und falls ihr euch wundert, dass ich nicht so mega, mega viel dekoriert habe. Ich wollte einfach auch Platz zum Schreiben lassen. Ich liebe diese schönen, wunderbar dekorierten Journals. Aber Platz zum Schreiben hat auch echt was für sich. Gerade wenn man das Journal benutzen will. Und ja, ich hoffe, dass es benutzt wird. Ich habe ein paar Tags aus Zeitungen gefunden. Ein paar Fragen, ein paar Anekdoten und ein paar Impulse. Hier überall wird verteilt. Und sehr geil, ich habe auch in einer Zeitung kleine Lebensfragen gefunden. Zum Beispiel, was war das schönste Kompliment, das du in deinem Leben bekommen hast? Ein bisschen was zu anregen, ein bisschen was zu denken. Und je nachdem, welche Seite man aufschlägt und vielleicht an dem Tag bearbeiten möchte. Vielleicht ist das ja die richtige Frage an dem Tag. Hier sieht man übrigens wieder die wunderschöne, äh, nicht Papierfarbe. Nein, das ist eigentlich die Stofffarbe. Stoffsprenkel. Und zwar, ich komme mal näher ran. Dann haben wir hier das dunkelblaue, ein ganz bisschen türkis und ganz feiner Nebel von Silber. So, genau. Und das macht auch total Laune. Außer sie riechen ein bisschen seltsam. So eine Mischung aus frisch gewaschener Wäsche mit irgendwas Chemischem. Na gut, aber das verfliegt total schnell. Das Journal riecht jetzt nicht ab. Hier haben wir wieder ein bisschen Briefpapier. Mit so einem wunderschönen Unterbundschmetterling. Ein bisschen Elfenpapier. Und ja, hier wieder seht ihr das Verbandmuld, den schön gefärbten. Selbstgemachtes Washi-Tape mit Buchseiten. Überall im ganzen Journal werdet ihr was von dem Elfenpapier finden. Buchseiten. Kaffee, Matsch, natürlich. Ganz klar, das darf in einem Junkjournal nicht fehlen. Und auch hier wieder Platz zum Schreiben. Kleine Tags. Kleine süße Anekdötchen. Sachen zum Aufklappen. Und ja, kleine Zitate, Quotes. Welche Superkraft hättest du gerne? Boah, ich könnte mich da echt nicht entscheiden. Hier und da auch Sachen zum Ausklappen. Und wieder, tadaa, Platz zum Schreiben. Hier, Omas Spitze. Ganz geil. Das war ein Kragen einer Bluse. Einer, ja, so einer Kleinkindbluse irgendwie. Das ist ein bisschen schrullig. Auf unserer Journal natürlich perfekt. So, das schöne Papier. Lass das mal auf euch wirken. Und ja, sucht mal Jutta auf. Und ich liebe den Michel. Michel aus Lönneberger. Mit Platz zum Schreiben und dem wunderschönen Gelassenheitsstempel. So, hier geht's natürlich weiter. Mit dem selbstgefärbten Papier. Ganz filigran. Blättchen. Briefpapier. Und ich liebe Bäume. Also, der musste da rein. Das ging nicht anders. Und ich liebe auch Fäden und Elfen. Ganz klar. Deswegen habe ich dieses Papier ausgewählt. Und das findet sich eigentlich genau überall. In kleinen und größeren Häppchen. Hier irgendwo. Hier hätten wir ein Bellyband. Mit einem kleinen süßen Stempel. Ich liebe diesen Stempel. Der ist total winzig. Aber total süß. So. Und der musste da wohnen. Ging gar nicht anders. War das Thema Erinnerungslücke? Hm. Das haben wir ja alle ab und zu mal. Affirmationen, Anekdoten. Ganz klar. Und wenn man weiß, wem man was schenkt, kann man das natürlich auch entsprechend ausrichten. Wem verpasst man welchen Spruch? Was wünscht man dem? Oder was weiß man, dass derjenige oder diejenige gut gebrauchen kann? Oder auch selber grinsen muss, wenn man einen Spruch liest. Ich weiß, hier wird es den einen oder anderen Moment geben, wo meine liebe Beschenkte wahrscheinlich grinsen darf. Genau. Hier auch wieder eine Karte, die ich mal bekommen habe. Und Platz zum Schreiben. Ich würde ja total gerne mal in diese Junk-Journals reinschnuppern, wenn die Leute wirklich am Journalen sind und was sie da alles reinschreiben. Wozu regt es zum Beispiel, dieses Journal anzuschreiben? Vielleicht werde ich es erfahren. Wir werden sehen. Briefpapier, Sachen zum Klappen und noch mehr Platz zum Schreiben. Das wird natürlich ein bisschen tricky, wenn man diese Karte hier hochklappt. Da muss man sich wahrscheinlich was unterlegen, wenn man sie beschreiben möchte. So, Täschchen dürfen natürlich nicht fehlen. Und in der Tasche, also eine ganzseitige Tasche, hier auch wieder eine Seite aus einer schönen Zeitschrift. Kleine Anregung. Und die darf da auch wieder wohnen. Klar, man kann später da alles reinpacken. Einkaufszettel, Bronx, whoever. Hier so Lesezeichen, die man nutzen kann mit meinem Lieblingsbüchlein. Und bevor ihr jetzt denkt, oh mein Gott, sie hat das kleine Gespenst zerschnitten. Ja, hat sie. Aber nicht das schöne Buch, was wir hier in ihren halten. Sondern ein ganz furchtbar zerfleddertes, was ich auf dem Flohmarkt gefunden habe. Ganz furchtbar zerfledderte Bücher, die bekommen durch Junk-Journals wirklich ein neues Leben. Und eine neue Ausdruckskraft. Also ja, das kommt aus dem kleinen Gespenst. Und ja, auch das werden wir hier öfter finden. Aber es war nicht mehr das schönste Buch dieser Welt. So, genau wieder hier. Mit meinen Lieblingsstempeln, diese kleinen Lampen. Und Platz zum Schreiben. Also das ist sowieso was, was ich für mich entschieden habe. Bücher zerschneiden ist nicht böse. Also, natürlich ist das Bücher zerschneiden manchmal böse. Und wenn sie schon echt oll und zerfleddert sind oder einen Wasserschaden hatten, dann kann sie nicht mehr schön lesen. Hey, warum nicht den ganzen Büchern mal ein neues Leben geben, ne? Und wo ich echt Skrupel habe, ist solche schönen Papierseiten wie dieses Elfen-Journal. Oder diese Elfen-Seiten für ein Journal, dass ich die wirklich zerschneide oder zerreiße. Boah, da habe ich echt noch Hemmung. Aber das kommt bestimmt auch irgendwann. Hier, da habt ihr wieder mein kleines Gespenst. Und Zeit für ein ruhiges Plätzchen. Hier ist so wieder so ein kleiner Tag. Und ein bisschen Kaffeepapier. Genau, im Herzen liegt der Anfang total wichtig. Ich glaube, das ist gerade in der heutigen Zeit, in der jetzigen Zeit total wichtig. Einfach wirklich mal an das Herzen und als gute Menschen zu glauben. Manchmal fällt es mir schwer, muss ich ehrlich verstehen. So, hier haben wir noch so ein bisschen Bimsel-Bamsel und ein kleines Islet. Und hier ist wieder eine Tasche. So, wieder ein Stückchen von Omas Rüschenkragen an der Stelle. Und dieses kleine, hier ist ein Blöcklein. Ein kleines Blöcklein, wo man dann auch draufschreiben kann. Zum Beispiel Einkaufszettel. Aber das Format, das wäre natürlich perfekt dafür, ne? Genau, hier Bellyband. Bellyband aus der Elfe. Man kann da viele Sachen entdecken. Kleine, süße Fragen überall. Ja, wichtig. Achtsamkeit. Auch jetzt gerade, in der jetzigen Zeit. Mega wichtig. Und hier wieder ein kleines Gespenst. Yay! Und tolles Washi-Tape, was ich gefunden habe, was jetzt gerade mega passt. Ich wollte das Washi-Tape unbedingt haben. Wusste gar nicht, wofür eigentlich. Weil ich habe mir noch nicht so ein dunkles John-Journal vorgestellt in dem Sinne. Ich fand dieses Washi so schön. Und ein kleines Papier-Set dazu. Und ich finde, zu dem kleinen Gespenst passt das doch nie. Taust aufs Auge. Genau. Okay. Und natürlich auch, ein kleiner Lieblingsstampel, natürlich auch ein paar Karten, wo Platz ist. Zum Beispiel, dankbar für, ja, wofür bist du dankbar? Einmal zu schauen, was macht Dankbarkeit eigentlich aus? Ich bin mal sehr gespannt, was da denn drauf landet auf der Karte. Wie gesagt, ich hoffe, ich werde das eine oder andere davon mal wiedersehen. So, genau. Elflein. Und auch hier wieder ein Lesezeichen. Ich weiß auch, dass die beschenkte Person sehr gerne liest. Und ich finde auch schöne Lesezeichen haben tatsächlich was für sich. Und da kann man eigentlich nicht genug von haben. Also man verlegt sie ständig. Selbst dann kann man erst recht nicht genug davon haben. Einhörner dürfen natürlich nicht fehlen in einem Elfenpapier. Oder Feenpapier. Und ja, glaubt man an Einhörner? Man weiß es nicht. Also ich finde Einhörner richtig cool. Und wenn ich ein Fabelwesen hätte, was ich mir wünschen darf, was lebt, dann wenn es tatsächlich Einhörner. So. Leichtigkeit. Ein Mini-Tag in einer Mini-Tasche. Ganz viel zu entdecken. Wieder ein Eckentäschchen hier. Mit Wunder. Und da haben wir es. Das Einhörn. Und Einhorn. Genau. Gefärbtes Papier. Hier seht ihr die schönen Lederbänzel. Und sie sind tatsächlich nur mit Knoten und Schleife fest. Das heißt, wenn hier wirklich viel noch reingebastelt und reingeschrieben wird, kann man theoretisch das Band auch noch wechseln oder verändern. Das ist mir mal ganz wichtig, dass man es nicht komplett zerstören muss. Ja, ich gebe mich zufrieden. Womit gibt man sich zufrieden? Tja, der Zustand der Zufriedenheit. Das ist doch ein echt schönes Ziel. Und Freude. Freude ist auch immer ein schönes Ziel. Genau. Gefühle sind stärker als deine Gedanken. Sollte man sich ab und an mal wieder ans Hirn rufen. Und genau. Passend dazu das Thema Lebensfreude. Um wieder Platz zu schreiben. Ein Elflein. Kaffee. Sprenkel. Und diese wunderschöne Elfentür. Ich mag das total, dass die Leute von Funkelkram hier, Jutta und Roland, das nicht so super kitschig gemacht haben. Und nicht so plüschig und kleine nackte Elfchen und rosa-pink. Hast du nicht gesehen? Sondern wirklich sich hier schöne Motive ausgesucht haben, die auch fotorealistisch und trotzdem fantastisch sind. Das feiere ich total. Und ich finde, das passt einfach mega in dieses Journal. Ja, ihr seht ja einfach die Grundfarbe dieses Journal ist. Blau, türkis. Und ja, trotzdem passen auch mal so kleine Farbstächse wie dieser Fuchs. Und ja, auch eine gelbe Sonne oder ähnliches. Die passen dann trotzdem, auch wenn eine Grundfarbe sehr türkis oder sehr blaulastig ist. Kann man die gut mit reinpacken. Genau. Das Lebensgesetz. Wieder eine kleine Elfentür. Das zu klappen. Das harmlose kleine Nachtgespenst. Tja, harmlos. Wer ist harmlos? Muss jeder für sich selber entscheiden. Das Gespenst ist auf jeden Fall harmlos und total süß. Ich hätte auch gerne einen. Hier haben wir wieder einen Block in einer Tasche mit einem Einhorn. Und natürlich Omas keine Spitzenkragenbluse für Dönsdämmchen. Man darf auch gerne rausgucken, dass man auch weiß, dass man dran ziehen darf. Und hier wieder ein kleines Bellyband mit einem Code von Mark Twain. Perlen und einen wunderschönen kleinen Schlüssel. Wenn mich nicht alles täuscht, hat mein Video gleich ein von meinem Handyspeicher induziertes Ende. Und ich muss gleich einmal einen kleinen Cut machen, um den zweiten Teil hier vernünftig zu drehen. Und ich zeige euch jetzt nochmal hier das letzte Stückchen. Ich packe mir hier mein Lätzeichen rein. Zack. Und bin gleich wieder da. Check. Jetzt haben wir hier wieder ein bisschen Platz auf der Platte. Der Trend geht zum Handy mit größerem Speicherplatz auf jeden Fall. Das wird sich lösen lassen. So, hier ist meine Markierung. Also mein Lesezeichen. Hier drin hat sich schon gewährt. Und keines Gespenst in der Truhe. Zack, das hat mir hier an der Stelle geholfen. Hier war das. Da hinter diese kleine Ecke. Da gehört es. So, jetzt haben wir hier wieder ein bisschen Coffee. Und das Schöne ist, mit einem vernünftigen Stift. Zum Beispiel hier mit so einem Archivstift und sowas. von Wegmar. Kann man auch überall einfach drauf schreiben. Also auch auf dem Café oder auch auf etwas glänzenderen Zeitungsseiten. Hier haben wir eine Atao-Karte, die ich gezogen habe. Und mit der Erklärung, dass du das Schwerter. Schauen wir doch einfach mal, wohin das so führt. Ich hoffe natürlich was Gutes. Ein bisschen Elfenlicht. Ein Belly Ben mit wieder einem kleinen Tag. Und hier Fragen. Kleine schöne Seiten. Ich liebe solche Sprenkel. Ich kann mich gar nicht genug satt sehen und sprengen. Die Beschenkte wird auch wissen, was es mit dieser Karte auf sich hat. Eine kleine Journalcard mit wieder Platz zum Schreiben. Yay. Also solltet ihr Räusche hinter mir hören. Oder hier in dem ganzen Umfeld. Das ist nur meine Tochter, die an Voice-Nachrichten durch die Gegend organisieren ist. Und irgendwie, ich weiß auch nicht warum, das geht einfach nicht leise. Also wenn ich bei meinen Videokonferenzen immer so laut wäre, dann würde sich die Familie wirklich beschweren. Hier wieder die kleinen Lederbändchen. Feine süße Elfen von Funkelkram. Und Omas Spitzenkragen. Ganz klarer Fall. Ich hoffe meine Oma sitzt jetzt auf einer Wolke und guckt unter und grinst sich ein, dass ich hier ganz andere Sachen mit ihren Spitzenkragen mache, als sie sich damals vielleicht vorgestellt haben, Goethe. Omas finden ja meistens auch das cool, was die Enkel so fabrizieren. Genau. So, jetzt haben wir hier noch etwas Schönes zum Ausklappen. Wieder Platz zum Schreiben. Und ja, hier darf ich auch mal direkt zeigen. Das ist hier wieder selbstgemachtes Washing Tape. Selbstgemacht mit doppelseitigem Klebeband. Total der coole Tipp. Ich weiß gar nicht, von welchem YouTube-Video ich das habe. Ist ja nicht so, dass ich hier alles selbst erfunden habe, was man hier findet. Man darf, glaube ich, gut und gerne mal was abgucken. Sich in anderen Kanälen tummeln. Ich glaube tatsächlich, das war auch Jutta von Funkelkram. Wahrscheinlich auch noch weitere YouTuber, die diese Idee hatten und einfach mit doppelseitigem Klebeband richtig coole Sachen anstellen. Das Leben ist zu kurz, um alle Fehler selbst zu machen und auch, um alle Ideen einfach selbst zu haben. Ich finde auch, man darf sich doch ruhig und gerne mal was abschauen. Und warum nicht auch dann ein bisschen gute Werbung für die bastelnden Kolleginnen meistens oder auch Kollegen machen. Warum gibt es eigentlich so wenig Männer, die sich mit so schönen Sachen beschäftigen, wie Junk Journals oder Art Journals? Da gibt es tatsächlich nicht ganz so viele, aber vielleicht könnt ihr mir mal ein paar nennen und mein Horizont ist einfach noch nicht weit genug. Ich arbeite täglich in einer Lösung. Hier haben wir wieder eine Karte, die ich auch mit einer Zeitung mal bekommen habe von Luise Hey. Die Dame, die hat immer gute Ideen und gute Affirmationen. Wenigstens einmal pro Tag solltest du dich mit ausgebreitetem Arm hinstellen und sagen, ich bin bereit, die Liebe hereinzulassen. Es ist ungefährlich, die Liebe hereinzulassen. Ja, ich hoffe, das passt auch immer und das passt auch für euch, dass es immer ungefährlich ist, Liebe hereinzulassen. Manchmal kommt man ja vielleicht auf andere. Ja, hier habe ich nochmal ein schönes kleines Mini-Bread in Herzform gefunden. Und da eine kleine Botschaft, ein kleines Zettelchen mit dran gemacht. Vielleicht vielleicht ein bisschen Platz für das Schreiben. Kleine Affirmationen zum Thema Intuition. Und dieser kleine Zeiger hier, der hält das Ganze an Ort und Stelle. Genau. Ja, welches Buch hätte ich am meisten beeinflusst? Auf die Antwort bin ich aber wirklich gespannt. So, jetzt sind wir am Ende des Journals angekommen. Und hier ist das hintere Cover. So, das hintere Cover habe ich auch gestaltet mit Taschen. Also hier haben wir eine Tasche. Hier haben wir eine Tasche. Und ja, hier ist ein kleiner Umschlag. Da muss auf jeden Fall noch was rein. Das werde ich gleich nochmal ledigen. Eine kleine Gute-Laune-Botschaft. Und ja, diese Umschläge übrigens, die sind auch mit bei diesem Papierpack von Funke-Kram. Allerdings habe ich die mir einmal kopiert, um die ein bisschen pastellig hinzubekommen. Das hier ist jetzt nicht das Original, sondern wirklich einmal ein bisschen pastellisiert. Und ja, in diesen Umschlag hier packe ich ein Steak mit Musik und Gute-Laune-Musik. Das gehört da nämlich noch mit zu diesem Geburtstagsgeschenk. So, ihr seht jetzt auf jeden Fall hier einmal die ganze Herrlichkeit dieses wunderschönen Junk-Junals. Ich bin selbst total begeistert und total verliebt. Gut, solltet ihr es nicht wunderschön finden. So what? Mir hat es mega Spaß gemacht, das zu basteln, das zu gestalten, damit zu arbeiten. Natürlich auch ein Stück weit damit zu leben. Weil das hat natürlich auch ein bisschen Zeit gebraucht. Und wenn man Junk-Jurnals nicht unbedingt hauptberuflich macht, sondern mit Spaß und Freude neben dem, was man als Brötchen-Job hat, als Haupterwehr, dann braucht man natürlich auch ein paar Tage dafür, so ein wunderschönes Teilchen zu machen. Ja, mir fällt es natürlich ein bisschen schwer, etwas aus der Hand zu geben. Jetzt kommt das Aber. Man sagt ja immer, man kann alles streichen, was vom Aber kommt. Ich weiß ja, wer es bekommt und ich weiß auch, dass das in gute Hände geht und hoffe dabei, dass es gewertschätzt und auch geliebt wird, so wie ich Spaß hatte, es zu erstellen. Und verpacken werde ich das in einen Karton. Den habe ich mit Buchseiten gemacht und Mod Podge Antique Coat. Und natürlich hier, ja, schöne Stempel von Tim Holz und Distress Ink. Und ein bisschen gebastelt mit Jutel. So, dieses Herzchen nimmt darin Platz. Klar, ich werde es gleich nochmal rausholen und den letzten kleinen Feinschliff reinbringen. Jetzt muss ich nur noch die Farbe der Schleife auswählen. Und zack, das war's. Ein Flip-Through zu dem ersten vollständigen und reinrastigen Junk-Journal. Wobei, bei Junk-Journal kann man ja vielleicht nicht unbedingt immer von reinrastig sprechen, weil man ja natürlich einen Mix an verschiedenen Techniken macht. Und das ist auch der Spaß da dran. Und darum geht es ja schließlich beim Junk-Journal oder beim überhaupt kreativen Gestalten. Spaß an der Sache. Den hatte ich mal definitiv. Ich freue mich, wenn euch mein Kanal gefällt. Ich freue mich riesig über Kommentare. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!